Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Iron Man Challenge. Eigentlich wollte ich heute PvP aufnehmen, aber ich war mir sehr schnell sehr unsicher, was jetzt mehr nach Obdachlosenpimmel aussieht. Die Wartezeit oder die Runden an sich. Du wartest halt elf Minuten, um dann ein BG nachzujoinen, was halt schon verloren ist komplett. Und das fuckt einfach nur super ab. Und darum dachte ich mir, komm, Pollenallergie kickt auch noch doppelt und dreifach so krass wie die anderen Tage. Das geht ja jetzt auch immer erst zur Richtung Gamescom. Ja, so habe ich mir das immer gemerkt bei mir. Los, es wird also jetzt immer schlimmer. Und dann dachte ich mir, dann machen wir es einfach besser und gönnen uns jetzt nice Quests. Entweder im Detailager, es sei denn, wir werden da instant totgeschlagen. Da muss ich doller aufpassen. Das sind nämlich unsere Naturschützer-Boys. Wenn man da mit Tierblut bedeckt hingeht, wird man sofort zerstückelt von irgendwelchen Elite-Heinis. Oder oben bei der Landebahn Kurbelzisch mit dem Notruf. Aber da haben wir auch Kobolde und mechanische Einheiten. Und die sind meistens auch nicht so geil auf Druiden und irgendwelche Blutungen und so zu sprechen. Deswegen können wir hier vielleicht so ein bisschen illegal rumleatschen. Guck mal, wie heftig diese Karibus reinzimmern. Und wenn wir die retten und so ein bisschen die Wilderer hier, ne, jetzt schön snacken. Ja, da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Das gut gelaunte, ehrenhafte 2 gegen 1. Und wir können dann quasi eingreifen und das Ganze so ein bisschen drehen. Wait, fighten die zu zweit, das eine Kids? Alter, wir müssen hier dringend was machen. Was ist los mit denen? Da kommt der Dodo in mir durch. Das geht doch so nicht weiter. Und das Geile hier ist ja, die verbrennen einfach so ein Bildnis von Nessingvery, wenn ich mich nicht irre. Ja, die verbrennen einfach vom Meisterjäger hier auf ihrem persönlichen Kleinscheiterhaufen. So diverse Habseligkeiten und sein Antlitz. Geil. Okay, wie sieht's aus, Erztruide? Der Dämon hat viele Namen. Hä? Was ist jetzt? Wieso steht... Hä? Wait. Habe ich so lange nicht gequestet, dass hier jetzt die eigentliche Quest nicht steht? Oder gebe ich gerade was bei ihm ab? What? Irgendwas hat hier gerade gar nicht hingehauen, oder? Excuse me, aber der hatte doch kein Fragezeichen über dem Kopf, oder? Ey, was ist denn jetzt kaputt? Pollen jetzt auch in den Augen, oder? The fuck? Okay. Okay, möchte, dass er 15 Ohren bekommt. Ja gut, Ohren kriegen wir auf jeden Fall hin. Hilfe für die Hilflosen. Mammutkälber befreien. Geil, das sind meine Quests, Leute. Das sind meine Quests. Wir sollen... Wat für ein Ding? Nee, da. Herr der Rhinozorosse. Das können wir halt komplett vergessen, denn wir sehen schon seinen Begleiter. Vesperino. Der reitet auf dem. Und die beide müssten wir also fighten. Können wir komplett vergessen. Das ist ein Jäger. Wir sind eine Katze, Alter. Das ist sowieso komplett zum Kotzen, zum Scheitern verurteilt. Glücklich wäre eine Turnmuschel. Zehn beutegieriger Taurer. Das können wir uns mal angucken. Aber unter Wasser auch immer tricky. Und hier ist noch eine Random Druiden-Tante. Und die möchte Kunstpelze verwenden, um acht Jäger in eine Falle zu locken. Ey, das klingt nach geilen Quests für uns. No joke. Das klingt mega gut. Solange wir jetzt kein Tier töten. Und solange wir jetzt nicht von einem wütenden Mammut-Papa irgendwie überrannt werden. Weil er denkt, wir machen uns hier an seine Weibchen ran. Guck mal. Hier ist schon so eine Falle. Er ist mal jetzt voll auf die Fresse. Bam. Nice. Hallo. Und er ist mega happy. Habe ich Soundeffekte an eigentlich? Ne, habe ich nicht. Toll. Der hat bestimmt gerade so richtig Töre Benjamin Blümchen. Und ich habe halt nicht mal Soundeffekte an. Ganz sad. Das Ding ist, ich bin ja Dudu. Ich kann ja in jeder Zone Leuten die Weltquests klauen, während sie gerade um irgendwas kämpfen. Das heißt bestimmt... Ne, hier geht es nicht. Ach, gucke da. Und? Yeah. Geil. Das brauche ich. Das brauche ich. Ohne Witz. Ab und zu... Ab und zu bin ich so ein in jeder Hinsicht schwaches Individuum, dass ich zum einen Abklingzeiten auf meine Quest-Items habe, als wäre es irgendwie 2005. Und zum anderen brauche ich abends irgendwelche Hörspiele, die ich als Kind genossen habe. So, mein Cousin hat immer Benjamin Blümchen gehört. Meine Cousine immer die drei Fragezeichen. Und die Sendung mit der Maus. So gute Nachtgeschichten mit der Maus, auf jeden Fall. Nice Nummer. Der Hardcore-Shit, Leute. Und ich war immer der Real Gangster, weil ich habe damals schon Best of Phipps Asmussen gehört. Nur wahre Kings kennen Phipps Asmussen noch. Und ich habe Alf gehört. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das beides dafür gesorgt hat, dass bis heute mein Humor, ja, ich würde mal sagen, geprägt wurde im positivsten Sinne. Andere werden den Kopf schütteln. Aber, scheiß doch drauf, sollen sie schütteln. Oder schön so ein Schuppenregen erst mal. Bam. Junge, Sandsturm wieder. Saharawinde heißt es dann im Radio. Dabei haben nur die ganzen Schuppenflächen ihre Köpfe geschüttelt. Alter, belassen. Bestellst du ein Milchshake? Sind nur Schuppen drin, weißt du. So ein Ding ist das. Ohne Witz. Ich war ja auch mal bei Burger King. Krank, oder? So fangen die besten Geschichten an. Und alles da, da war ich fünf, sechs, sieben, so in dem Dreh, alles gleichzeitig. Und alles hat nach verbranntem Kuchen geschmeckt. Ohne Witz. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ob die versucht haben, ihre Eismaschine selber zu reparieren. Ob die gedacht haben, ja, wo entsorgen wir jetzt unseren verbrannten Kuchen? Ach, Hannelore, mach es mal in sämtliche Maschinen rein. Aber die Burger haben richtig mies geschmeckt. Der Milchshake, da waren so schwarze Stückchen drin. Das war halt der verbrannte Kuchen, nehme ich an. Genauso hat es nämlich geschmeckt. Und alles, ohne Witz. Selbst die Pommes, vermutlich sogar der Ketchup. Ich weiß es nicht, ich habe vieles verdrängt. Und seitdem bin ich so vorbelastet, was Burger King angeht. Also, ich esse alles. Ihr wisst ja, gebt mir einen Burger. Gebt mir irgendwas mit Chili Cheese. I don't know, gebt mir Pommes. Und ich werde es vernichten. Mittlerweile ist mir auch egal, wonach es schmeckt, wisst ihr. Hauptsache, es macht satt. Hauptsache, man schaufelt rein. Leute, die Milka auf, den Mund zu. Wisst ihr, nachdem die Tafel drin ist, so ein Ding ist das. Und deswegen, ich bin immer eher der Meckes-Fan. So, Meckes ist auf jeden Fall der Lifestyle. Gebt mir Big Mac-Soße. Ich bade drin, hier Cleopatra-Style, wisst ihr. So die Geschichte von wegen, ich bade in Eselsmilch. So ein Scheiß. Gebt mir Big Mac-Soße. Geil. Kommst du raus und hast so eine Brötchenfarbe auf einmal als Hautfarbe, weißt du, so Big Mac-Brötchen. Und auf einmal deine Haare sind Salat und solche Sachen. Richtig nice. Da müssen dann nicht nur neue Hautfarben definiert werden, sondern auch neue Gender und Frisuren und all solche Sachen. Ist ja stressig im Jahre 2020, oder? Als hätten wir nicht auch schon genug zu tun, kommt dann der Typ mit seiner Burgerhaut um die Ecke. Ja, also ganz ehrlich. Nee, muss auch nicht sein. Wir haben erstmal Babys befreit. Das ist sehr wichtig. Wait, das ist falsch. Die Ohren haben wir noch nicht. Hilfe für die Hilflosen. Und Kunok wird's wissen. Das ist der Mammut-Papa gewesen, glaube ich. Ich hoffe, der will uns nicht zerlöten. Wir wollen jetzt erstmal Ohren sammeln. Wobei ich gerade auch am überlegen bin. Pass auf, wir gucken uns erstmal so einen halbherzigen Fight hier an. Wie das aussieht, während der hier das Baby schlachten will. Gucken wir mal. Wir sind nämlich die Kiddy-Cat. Und wir kommen zur Rettung. Oh, was denn jetzt? Wait, wo kommst denn du her? Muss ich jetzt Alimente zahlen? Weißt du? Kurz mal weg gewesen. Von zu Hause kommst du wieder. Auf einmal ist er hier dabei. So. Papa, was kurz Kippen holen. So diese Geschichte wieder. Den sollen wir vermutlich abliefern. Das sind die, die in diesen ganzen Wildereien. Das ist ja auch komplett ausartet hier. Einfach ihre Mutti verloren haben. Mega sad. Pass auf. Wir tricken jetzt hier die miesen Wilderer mit ihren eigenen Mitteln. Es ist ein Wunder. Die Beste hat sich selbst die Haut abgezogen. Ja, die cleversten sind sie nicht. Okay. Also fighten hat ganz gut funktioniert. Ohren sammeln können wir auch. Das Einzige, was mich jetzt als, ich sag mal, Power-Quester. Vor allem, ich bin ja nicht nur Power-Napper. Ich bin ja auch Whatsapper. Und ich bin ja ganz obendrein, bin ich auch noch Untoten-Zernichter, wie wir jetzt sehen werden. Zack. Richtig nice. Das Nessing-Very-Steak-Messer-Set hätte er sich fast kaufen können. Von seinen ganzen Fällen. Nicht schlecht. Und ich bin nebenbei auch noch derjenige, der eben das alles fusioniert und dann quasi beim Questen gerne mal pennt. Und das funktioniert nur, wenn man eben zum einen das Handy in der Hand hat, was ganz anderes macht. Dann einpennt. Nebenbei aber weiß, wie man die Quests so optimal kombiniert hat, dass das alles mit wenigen Klicks funktioniert. Heißt eigentlich, müssen wir die Ohren vor allem von den Tauchern sammeln. Problem ist, bei den Tauchern, oh, hier sneakt sogar einer rum. Fuck, der hat jetzt den Engage-Moment. Boah, das will ich nicht riskieren. No joke. Das ist mir zu risky. Das können wir gleich nochmal probieren, wenn wir dann openen. Openen, Freunde. Wenn wir eröffnen, aber so. Hm, schwierige Nummer. Ja, der kommt einfach trotzdem mit, oder was? Und haut mir erstmal 15% Leben runter mit einem Heat. Ja, wahrscheinlich. Komm, geh nach Hause. Geh nach Hause, du Stinkebiber. Ja, aber bei den Tauchern, was soll die irgendwie schwächen? Eine Miesmuschel oder so? Beißt sie in den Finger? Keine Ahnung. Irgendein Ringelwurm am Boden, der ihnen irgendwie den Zehennagel rausreißt? Glaube ich nicht, dass sowas passiert. Ja, und dementsprechend will ich einfach nur wie diese Rehkitze hier. Ohne Wirbelsäule, so durch die Gegend hüpfen. Guckt ihr ja mal an, wie die Körper sich verformen, oder? Richtige Alienviecher. Vielleicht kämpfen wir für die falsche Seite. Vor allem ist Kicken wieder Pollen, ne? Ich muss echt abhusten, die Scheiße. Oh, es ist so scheiße unangenehm. Ohne Witz, so überall hast du Rotze. Weißt du, überall, so machst du den Arm hoch unter der Achse, Rotze. In der Nase, Rotze. Du blinzelst an den Wimpern, Rotze. Es ist so scheiße unangenehm. Deswegen meine Bitte immer, Leute. Wenn ihr zum einen nicht so fett seid wie ich. Und nicht im Sommer von Existieren allein einfach schwitzt, dann enjoyt den Shit für mich mit. Und wenn ihr keine Pollenallergie habt, dann erfreut euch bitte jetzt in diesem Moment einfach an den kleinen Freuden des Lebens. Ihr könnt einfach frei atmen, oder? Ihr habt nicht so eine Blockade, wie so ein Deckel, der auf einmal zuklappt mittendrin. Das, ja, also freut euch einfach mal daran, bitte. Führ mich mit, weil wie geil wär das, ohne Witz. Ich weiß gar nicht, ob das so ein reines Männerding ist, aber wenn ich krank werde, so, vielleicht bin ich auch erkältet. I don't know, das weiß ich in der Zeit nicht, was ich da habe, weil immer dieselbe Scheiße ist mitten im Jahr. Es fuckt so ab, ohne Witz. Und, oh, das ist ja, das ist ja noch fairer sogar. Jetzt zwei gegen ein Baby, Leute. Ihr steigert euch aber immens, immens. Props gehen raus. Und da ist es, da ist es wirklich krass. Bei mir immer, wenn ich erkältet bin, ich vergesse einfach komplett, wie es war, gesund zu sein. Gebt mir einen Tag mit einem Schnupfen, einen Tag mit einem Husten. Und ich habe komplett verdrängt, wie es eigentlich ist, wenn man frei atmen kann und so. Und das ist bei Pollenallergie noch schlimmer. Irgendwann kommt so ein Punkt, da ist die Scheiße vorbei. Oder wenn es mal tagelang regnet und der ganze Kram dann schön weggespült wird, ja. Das ist super geil, oder es ist halt Winter oder irgend so ein Scheiß. Und dann weißt du auf einmal wieder, wie in so einem Disney-Film, wisst ihr, wenn die Prinzessin so das Fenster öffnet und dann so irgendwie atmet und die Vögelchen fliegen rum und der Prinz winkt unten und so, so fühle ich mich dann. R-Kategorie Shrek und Fiona. Aber an sich bin ich in dem Moment diese Prinzessin. Und das ist mega krank. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin einfach erkältet und leide dann natürlich Männergrippen-Style. Man kennt es. Aber ich, mein Körper vergisst auch, wie es ist dann normal. So, wisst ihr, ohne Krankheit gerade zu sein, das ist schon krass. Und dieses Feeling, Freunde, das klaut mir diese Allergie monatelang. So, genug geheult. Genug geheult, aber wir haben letztens im Stream festgestellt, deswegen kam ich gerade drauf, dass man sich zu selten, der hat mir hier meinen Kehl gesteilt, ne, die miese Ratte. Ich komm zu dir nach Hause, ich weiß, wo du wohnst, Lul. Da haben wir festgestellt, dass man sich zu selten an den schönen Dingen erfreut. Und zwar kam jemand nach Hause von einer gefühlten 80-Stunden-Schicht. So, und richtig scheiße. Ja, alles blöd gelaufen auf Arbeit. Kennen wir auch, müssen wir nicht mal arbeiten. Lul, WoW-Spieler und arbeiten. Von der Schule, vom Studium, von der Ausbildung, was auch immer. So, richtiger Scheißtag. Sein Vater gleich zum Montag. Ich mein, ist ganz gut, dann kann es nämlich nur noch besser werden. Ja, mit der Zeit. Aber erstmal ist natürlich kompletter Müll. Richtig Müll, Müll, Müll und nochmals Müll. Und dann kam der Mann nach Hause. Und hatte nach so viel Scheiße und noch Stau und das tolle Programm. Einfach zwei kleine Kätzchen, die ihn freudig und miauend empfangen haben. So, also etwas, was er vielleicht als selbstverständlich empfunden hat. Oder etwas, was er eben nicht so in dieser Form... Oh, shit, Bruder. Bruder, mach doch nicht diesen. Oh, shit. Oh, shit, den lassen wir schön langsam ausbluten jetzt, die miese Ratte. Also so ja schon mal gar nicht. So ja schon mal überhaupt nicht. Pass auf, wir gehen ein bisschen auf Range. Mensch, wir heilen uns erstmal. Und er kann schön verbluten, die miese Ratte. Als ob ich das aber hiermit ansehe oder was. Wie er uns schlachtet, wenn ich über Kätzchen erzähle. Er hat nur gehört, ne was, Baby, Tiere. Und sofort Messer gezückt, die miese Ratte. Und was er eigentlich für selbstverständlich für Standard gehalten hätte. Oder sonst gar nicht so bewusst zu schätzen gewusst hätte. Ja, ey, fucking hätte und so weiter. Ich raste aus, der miese Konjunktiv krittet wieder überall rein. Das war in dem Moment quasi plötzlich das Highlight des Tages, ja. Ja, ich glaube auch, von mir selber auch, ohne euch jetzt irgendwie mies besearchen zu wollen oder so. Ja, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf euch zeigen und sagen, ey, ich weiß jetzt zu schätzen, was du hast. Aber ich kenne es von mir selber. Man vergisst das manchmal, wie unglaublich geil es einfach ist, was im Kühlschrank zu haben, ja. Ich meine, als WoW-Spieler hast du so halt ein abgepacktes Toastbrot neben dir liegen mit einer Leberwurst oder so. Das hast du neben dir liegen, so Wochen-Einkauf ist fertig. Es wird durchgesuchtet, man kennt es. Aber so Einkauf, ja, läuft. Oder Familie, so alle noch am Start. Oder zumindest gesund. Oder zumindest nicht die beschissensten Arschlöcher unter den Krankheiten. Oder wisst ihr so auch, die kleinen Dinge einfach mal wieder zu schätzen lernen. Frei atmen zu können. Nicht fucking, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was kann doch alles Blödes passieren. Nicht random blind geworden zu sein oder so. Oder selbst wenn, dann trotzdem noch Freude am Leben haben zu können. Ja, andere Sinne sind dann schärfer. Kannst du immer noch Spider-Man werden. Oder was weiß ich nicht. Professor fucking X von X-Men. I don't know. Aber so die Sachen, wisst ihr, einfach wirklich mal wieder auf sich selber zu gucken. Ich glaube, wir gucken zu doll auch auf andere. Und dieses ganze Konstrukt mit den sozialen Medien, wo natürlich auch jeder nur die geilste Scheiße teilt, ja. Ja, die macht einen auch kaputt. Die macht einen auch komplett fertig. Denkst dir so, mega Scheiß, da guckt auf Insta. Dein einer Kumpel hat geheiratet. Der nächste sahen gerade im Casino ab oder was auch immer. Der nächste hat irgendwie einen eigenen Freizeitpark eröffnet oder was weiß ich für eine Scheiße. Und du denkst dir so, fuck, was ist passiert. Ja, und dass die das dann nicht teilen, wenn die auch mal so einen Scheißtag haben, das ist auch klar. Aber da denkt man in dem Moment nicht ran, weil man so weit nicht reflektiert. Man denkt sich nur Scheiße, Scheiße und dann noch mehr Scheiße. Und dann drückt man sich selber immer mehr runter. Dabei geht es uns doch insgesamt ganz gut, oder? Hoffentlich, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt das aktuell genauso sehen. Und habt nicht mega die Scheiße am Laufen. Und wenn doch, wie am Anfang gesagt, wenn es gerade super Scheiße ist, dann kann es doch nur noch besser werden. Oder? Wenn man einmal ganz unten ist, dann ist das natürlich kacke. Und das erfordert auch eine Menge Kraft. Aber es geht dann auch wieder nach oben. Wenn wir mal eine Scheißsituation haben, dann werten wir die ja nur als Scheiße, weil es uns vorher ja anscheinend ganz gut ging. Und das jetzt ein Downgrade ist, dass es jetzt gerade nach unten geht. Wisst ihr, was ich meine? So. Und dann ist die Chance doch da, dass das nochmal passieren kann. Also nicht, dass nach unten gehen hoffentlich, sondern dass es auch wieder nach oben gehen kann. Bild ich mir zumindest ein. Also so hole ich mich in der Regel aus so schwarzen Wolken, aus so schwarzen Löchern raus, wenn ihr wisst, was ich meine. Dem ich denke, ja komm, das ist doch jetzt nur so Scheiße, weil es dir vorher richtig geil ging. Und welche Macht im fucking Universum würdest du dir verwehren, außer du selber, dass dieser Zustand von davor wieder aktiv wird. Wisst ihr, was ich meine? Boah, und das ist manchmal auch anstrengend, ne? Ey, ohne Witz, das ist manchmal so fucking anstrengend, da wieder rauszukommen. Aber es ist es oft wert. Und wisst ihr, was das in meinen Augen einfacher macht, wenn man wieder anfängt, sich an den kleinen Sachen zu freuen. Einfach aufzuwachen. Es ist Wetter, was du selber jetzt als nice definierst. Geil. Aufzuwachen. Es gibt was Nices zu essen. Geil. So, oder wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, wir haben uns so ein bisschen von uns selbst entfremdet. Und das ist, das ist ziemlich arschig. Wirklich, das ist sehr, sehr arschig. Sie ziehen, oh ja, komm mit H-CDs, Bruder. Ich wollte gerade sagen, komm, wir machen bei ihr nicht mit. Aber wir wollten unserem Baby-Elefanten natürlich zeigen, wie das Leben so spielt. Und dass man für so eine Tiger-Lilie, auch mal sämtliche H-CDs der Welt als Monk einfach rausbrettern kann, Junge. Sturm, Erde, Feuer, Karma-Berührung, bam, bam, komm, Berührung des Todes mit dazu. Was soll's, fuck it. Das war krass. Okay, jetzt zu den Tauchern, Leute. Wir haben Kombo-Punkte. Wir gehen direkt hier auch aufs Ganze. Rums rein. Direkt noch ein Proc. Wunderbar. Jetzt den Tiger-Furor hinterher. Ja, Richtung 60% ging das gerade schon bei dem Kollegen. Die Frage ist, reicht der? Oh, ein Wut-Effekt ist unfair. Oh mein Gott. No, 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 no. Noch einer. Als ob Wut-Effekt und Patrouillieren, wollt ihr mich verarschen? Angriffstempo um 20% erhöht. Boah, ich würde den Kollegen da hinten ja schon ganz gerne Infight behalten, muss ich sagen. Also den jetzt auf 20%, das finde ich schon echt lecker, weil der macht jetzt die Biege. Heißt, wir können uns gegenheilen. Nochmal Moonfire. Boah, das war schon close. Also ich war kurz vor der Schattenmimik, aber ich dachte mir, komm, weißt du mal die kleinen Dinge zu schätzen, dass du den einen jetzt schon auf 20% hast. Und da sind wir wieder. Ja, weiß ich nicht. Die philosophische, psychologische Katze hat heute wieder ein bisschen reingekrittelt. Keine Ahnung. Ich fand das Gespräch gestern halt so interessant, weil es für mich, wie gesagt, selber wichtig ist. Ich finde es immer geil, wenn wir aus den Gesprächen, sei es jetzt im Stream oder sei es jetzt hier im Video mit euren Kommentaren dann dazu oder wie auch immer, wenn man so ein bisschen was voneinander mitnimmt, wisst ihr? Und jetzt nicht nur, was ist die geilste Skillung, um mit einer Katze irgendwie ohne Equip in der Boreanischen Tundra den Taucher zu überleben, sondern auch im Sinne von, jo, was kann ich so allgemein mitnehmen? Was ist so die Einstellung von anderen Menschen? Was sind so deren Erfahrungen? Was kann ich vielleicht daraus lernen, ohne dieselbe Scheiße durchgemacht haben zu müssen, wisst ihr? Das ist so etwas, was jemand als totale Scheiße erfahren musste. Und da gibt es ja so massig viel von, wo man sich natürlich am liebsten wünscht, das wäre gar nicht passiert. Aber was kann ich aus dieser Erfahrung des Menschen lernen und wie können wir vielleicht beide positiv letztendlich davon profitieren, ja? Oder wenigstens anderen etwas mitgeben, damit die diese Scheiße nicht mitmachen müssen. Das versuche ich immer so ein bisschen aus. Was negativen, was total kacke ist, ja? Und was ich auch überhaupt nicht relativieren möchte. Aber wie kann man versuchen, da Positivität für sich und andere draus zu gewinnen? Ich finde, das ist ganz wichtig, um so einen Kack zu, für mich jetzt, ja? Kann jetzt nur für mich reden. Vielleicht kennt ihr es aber auch umso besser. Wie kann ich aus diesem Haufen Scheiße am besten ein Lauffeuer der Positivität und der Hoffnung entwickeln? So, das ist immer, wie ich mich dann durch so ein Zeug durchwinde, ja? Und ja, das sind manchmal kleine Schritte. Aber ganz ehrlich, jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und auf dem Mond, das war auch der erste große Schritt für die fucking Menschheit dann. Ja, obwohl es nur einer für einen Mann war oder wie war das? Und so ist es nun mal. Und jeder kleine Schritt, und sei es nur noch so ein kleiner Schritt, ja? So Babyfüße, so Schuhgröße minus 10, wisst ihr? Hast den Schuh andersrum an. So klein ist der. Sind schon Minusgrößen. Da zeigen dann, ne, die 10 auf einmal nach hinten. So ein Ding. Und das kann schon reichen, ja? Das kann schon reichen, Freunde. Jetzt aber genug. Jetzt wollen wir wieder nur Taucher smacken. Aber ich finde das Thema immer super. Weil ich wollte eigentlich aufhören, ne? Was ist eigentlich los mit meinem Gehirn manchmal? Ich sage so, ja, das war es jetzt. Und das hören so Bruder. Nächster Satz zu dem Thema ist am Start. Ist einfach da. Ich freue mich aber gerade auch, weil guckt mal, es hat funktioniert. Was ich vorhin angeteasert habe. Mit Power Napper, Power Quester, Power Leveler, Leute. Vielleicht auch Power Frau, gerade mit der weiblichen Nachtelfe. Will auch mal dabei sein. Und das funktioniert gerade. Das freut mich auch. Das sind auch die kleinen Sachen, wo man sich mal erfreuen kann. Ich meine, ja, ist jetzt ein Computerspiel, ist okay. Die Quest bringt uns aber ein Level ab. Und es ist halt ein Plan, den man gemacht hat. Und der funktioniert. Ist doch auch toll, oder? Mal so ein Tagesplan, der einfach läuft. Und jetzt komm mit dem wilden Biss. Bam, richtig schön. Zack, einfach den Kopf weggebürstet. Leute, ich muss es aber auch fairerweise sagen. Ich glaube, wenn wir hier jetzt nicht demnächst aus Gründen komplett verrecken. Dann glaube ich, dass wir bis zu Shadowlands nicht mit dem Iron Man fertig werden. Mit Schuhgurke vielleicht. Mit Schuhgurke ist ja jetzt diese Drenor-Geschichte auch soweit durch. Also da könnte das was werden. Die farmt hier immer noch die Pflanzen. Was ist mit ihr? Sie denkt sich, ey, geil. Es ist jetzt irgendwie Donnerstag, 11.38 Uhr. Erstmal in Norden ein paar Tigerlilien farmen. Nice Einstellung, Bruder. Feier ich eine Hose. Eine Hose. Leder. Das ist dieselbe, die wir haben. Aber vielleicht sieht sie richtig geil aus. Mal sehen. Naja, gut. Ich glaube nicht. Dann scheiß drauf. Auf die graue Hose. Wir bleiben bei den weißen Items. Und ich glaube, wir schaffen die Schuhgurke. Maybe. Da bin ich ja jetzt auch wieder in der Phase, wo ich ein bisschen freier was machen kann. Ja, Legion. Valscharar, Scharrar, Tyrande und Malfurion. Trauma kickt instant wieder. Und das kann noch was werden. Aber Iron Man bin ich super gespannt, wie uns dann die nächste Add-on-Level-Änderung so irgendwie mitnehmen wird. Weil das Projekt, wenn ihr mal in die Playlist schaut, die ist ja in der Regel oben rechts. Wer die Infokarte verlinkt. Shoutout an alle, die auch immer die Infokarten anklicken. Ich sehe das ja in meiner Statistik. Ich sehe, wie lange ihr guckt. Ich sehe, was ihr guckt. Ich sehe, was ihr liked und wie viel und warum. Und alles sowas sehe ich. Und ja, einige machen das. Wirklich mega krass. Einige lesen sogar Videobeschreibungen, wenn die Fragen haben. Ja, wegen Add-ons und Twitter und Facebook und Stream und all solche Sachen. Komplett crazy. Ist es tot? Es ist gestorben! What? Warum? War... Warum? What? War Add-on-Taucher das jetzt gekillt oder was? Irgendwer hat meinen Adoptiv-Mammutssohn umgebracht. Ey, das ist aber nicht so fancy. Hör mal. Das finde ich jetzt aber echt nicht so fancy. Oh shit. Okay, wir brauchen ein neues. Wir müssen ein neues machen. Tja, so kann man irgendwie das Schäferstöhnchen auch rechtfertigen, oder? Wir müssen mal wieder ein neues machen. So verzweifelt muss man erstmal sein, oder? Gottes Willen. No, nicht noch eins. Nicht noch ein totes Tier, Baby. Fuck. Ah, ich bin zu langsam, Freunde. Ich bin zu langsam. Aber auch hier müssen wir positiv denken. Wir haben schon viele gerettet. Also man kann nicht immer alle retten. Man kann es auch nicht allen recht machen, aber man kann sein bestes Leben. Ah, Philosophencat ist wieder real. Mega krass. Ja, ich bin da mega gespannt, weil wir ja echt mit der Dauer dieses Projektes so viele Levelmöglichkeiten, so viele Wege und auch Änderungen mitgemacht haben, dass ich einfach nur gespannt bin. Gespannt bin wie ein Katzenflitzebogen, wie der nächste Weg aussieht. Wie die nächste Kurve riecht, die wir nehmen, wisst ihr? Und wie sich das Ganze etablieren wird. Und Shadowlands sind ja wieder sehr gespaltene Meinungen. Ich habe einfach immer erstmal Bock. Ich habe immer erstmal Bock und ich glaube, das kann auch echt fresh werden. Die tötet mich nicht, ne? Ich habe keine Tierblutsachen und Organe an mir dran. Alles ist cool, Leute. Glücklich wie eine Turnmuschel. So sieht es aus. Verlassen in Weiten. Sollen wir hingehen. Machen wir Level 63, Leute. Wir haben zerfleddern bekommen. Oh mein Gott. Geil. Das ist echt gut. Wir kriegen den Segen. Ich glaube, den können wir direkt wegklicken. Weil Buffs und so ist ja nicht das Erlaubteste. Hier kann man jetzt Ruf haben über die Ohren. Der bastelt dann so Ketten. Da gibt er so Pfadfinder Kinderlager, wo man so mit Macaroni, mit Nudeln so Ketten bastelt und Ohrringe. Und die machen das hier direkt mit Ohren. Läuft bei dem Next Level. Und das Tod ist unwürdig. Sehr schön. Und wir sollen Karen die Schlechteren töten. Nee, wir wissen, Mobs. Ey, die Werte, oder? Guckt euch das mal an. 13 Ausdauer alleine. Holy fuck. Named NPCs alleine. Die machen uns schon so immer dermaßen kaputt. Es ist nur noch zum Abfeiern. Okay, wir brechen die Quests dann nochmal ab. Unser Mammut Baby hat sich einfach nur totgestellt. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, diese Mammut Babys, die sind zum einen ja irgendwie nackt. Zum anderen haben die größere Ohren als jeder von uns. Glaube ich zumindest. Insofern fallen die auch schneller mal ab. Ja, vor allem, wenn ich wieder Rad an Rad an Rad. Vor allem Ratata an Ratata. Wisst ihr, wir sind ja nicht irgendwie in der Autoherstellung. Wir haben das MG fertig gemacht. Ja, bam, bam, bam und so. Und dann richtig schön die Phrasen wieder rausdrescheln. Und da können einem die Ohren mal abfallen und dann kann man auch verbluten dabei. Deswegen, Freunde, alles in Maßen genießen. Auch WOW oder wie wir das mit dem Login-Screen-Tipp. Und immer dran denken, dass wenn ihr ein MG beschreiben wollt, ein Maschinengewehr, dann nicht mit Autoumschreibungen anfangen. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Das war es soweit von mir. War in meinen Augen eine fähige und spaßige Folge. Ja, lauf ruhig durchs Bild, Mann. Das ist kein Problem. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr wollt, bis dahin. Bleibt gesund. Macht es gut. Und tschau's.